Servus und willkommen zu meinem kurzen Tipp Guide zu No Rest for the Wicked. Tipp Nummer 1. Wie steige ich aus dem Spiel aus? Offensichtlich haben manche Leute Probleme damit. Am Controller drückt die Taste Start bzw. diese drei Linien am Xbox Controller. Dann kommt man daher und kann zum Menü zurückkehren. Von dort kann man dann das Spiel verlassen. Falls ihr am PC spielt ohne Controller, sondern mit Maus und Tastatur, dann einfach die Tabulator-Taste drücken, da hinklicken, wirklich beenden, ja. Und schon kommt man zurück ins Menü. Von dort aus kann man dann einfach das Spiel verlassen. Da links unten. Easy. Tipp Nummer 2. Das HUD einstellen. Und zwar, ihr habt ein cleanes HUD. Ich finde das wunderschön, wie es von Haus aus eingestellt ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr das unbedingt wollt, hier unter Gameplay, hier unter Gameplay, die Tipps ausschalten, das Tutorial ausschalten, die Untertitel ausschalten, etc. Aber es gibt, von standardmäßig ist es ausgeschalten, gegnerischen Gleichgewichtsbalken anzeigen, ja oder nein. Ich mag ihn aus lieber, aber es könnte euch helfen zu wissen, wann der Gegner das Gleichgewicht verliert. Dann schaltet ihr das da ein. Und manche legen halt auch gern Wert auf die Schadenszahlen und die Wertanzeige, das könnt ihr hier auch ein- und ausstellen. Also wer ein cleanes HUD bevorzugt, schaltet es nicht ein. Wer mehr Informationen aus dem Spiel rausholen will, der schaltet es natürlich ein. Tipp Nummer 3. Eigentlich eher eine Information, kein Tipp. Ja, es kommt ein Coop-Modus, wo man dann mit Freunden in seinem eigenen Realm spielen kann, ihn einladen kann und gemeinsam das Spiel genießen kann. Das dauert aber noch. Das ist ja alles noch im Early Access. Dann wären wir jetzt bei einem echten Tipp wieder. Tipp Nummer 3. Und zwar Map aufrufen und hier einmal rauszoomen. Zum Beispiel schauen, welche Orte. Ah, ich bin hier. Es gibt hier zum Beispiel ein Eisenvorkommen, ein Kupfervorkommen, was auch immer. Das würde bedeuten, ja, das merke ich mir. Ja, ich merke es mir. Aber es wäre auch intelligent vielleicht, einen Marker zu setzen. Einfach A drücken, Marker platzieren und dann einfach zum Beispiel das jeweilige Symbol setzen. Da zum Beispiel, ja, da ist ja mein Boss vielleicht oder da ist noch ein Gegner, den wir besiegen wollen oder da ist was zum Abhacken, da ist in der Pflanze etc. Also Marker setzen. Gar nicht mal schlecht und hilft ungemein weiter, weil man ja die Gebiete immer wieder besucht. Der nächste Tipp ist, parieren geht auch ohne Schild. Ich habe jetzt ein Schild. Wenn ich jetzt halt quasi attackiert werde, dann drücke ich den linken Trigger und im richtigen Moment kann ich parieren. Das nennt man parieren, weil blocken wäre, LB drücken, dann blockiert man nur den Angriff und ja, bekommt halt, wie sagt man, Gleichgewichtsschaden. Aber hier kann ich den Gegner halt parieren. Das geht aber auch ohne Schild. Zum Beispiel, wenn ich meine Waffe wechsle zum Hammer, dann kann ich hier auch einfach den Left Trigger machen und kann hier quasi, wenn ich im richtigen Moment treffe, parieren. Also parieren, setzt kein Schild voraus. Ein wichtiger Tipp ist, dass dieses Flüstern, dieses Whisper, was ihr hier seht, immer nur zweimal, also in zwei Richtungen funktioniert. Entweder, wenn ihr das Whisper hier anklickt, dann ist das mal gespeichert, euer Save Point. Wenn ihr sterbt, werdet ihr diesen Whisper zu dem letzten angeklickten Whisper flüstern zurückkehren. Wenn ihr da drauf drückt, dann könnt ihr schnell reisen, aber nur in die Stadt. Und von der Stadt auch wieder nur zu diesem Flüstern zurück, wie die Portale früher in Diablo. Das heißt, ihr könnt nicht ein anderes Flüstern auswählen, sondern ihr könnt nur zum letzten berührten Flüstern zurückkehren. Wenn ihr die Stadt schon besucht habt und den Schmied gerettet habt, etc., vielleicht auch den Alchemisten gerettet habt, dann kann man hier seine Waffen upgraden. Das nennt sich hier Aufwerten, Reparieren oder aber man kann sich auch Rezepte und Sets kaufen. Diese Rezepte findet ihr in der Welt teilweise, also für Alchemie zum Beispiel oder für irgendwelches Essen. Diese solltet ihr dann im Inventar mit Y anwählen und verwenden. Und wenn ihr sie verwendet habt, dann könnt ihr sie, wenn ihr ein neues findet, das das Server ist, einfach getrost verkaufen. Das steht dann immer dabei, ihr habt schon dieses eine Rezept gekauft oder schon verinnerlicht, also vom Essen zum Beispiel. Hier sieht man es zum Beispiel bei dem Alchemisten. Der hat verschiedene Rezepte. Da steht, du hast dieses Rezept bereits erlernt. Hier hat er neue Rezepte dazu bekommen, weil ich ihm upgradeet habe. Die kann man dann kaufen, erlernen. Und in der Welt findet ihr auch Rezepte zum Essen und auch für Alchemie und so weiter, die sofort dann verwenden. Und wenn ihr gleiche findet, einfach in der Stadt verkaufen, gibt ein bisschen Geld, ist auch super. Ein weiterer Tipp bzw. Hinweis ist diese Welt. Ihr seht hier, da war ich schon überall, aber sie ist in Schatten gelegt. Das bedeutet, geht nach ein paar Tagen oder nach ein paar Quests wieder zurück dort, wo ihr wart. Ihr werdet dort erstens wahrscheinlich neue Feinde finden, zweitens respawnen die Materialien. Das heißt, ein Materialiengrind ist hier, also man kann ja die Stadt aufrüsten, man kann sein Haus kaufen und sein Haus einrichten mit Gegenständen. Das bedeutet, die Materialien in der Welt wachsen nach einem Tag etc. wieder nach, aber auch die Gegner spawnen wieder. Und es kommen auch neue Gegner dazu. Und manchmal gibt es auch neue Bossfights, die dann einfach erscheinen draußen in der Welt. Und das ist immer dann, wenn es wieder halt quasi komplett dunkel wird, also dieser Nebel des Krieges quasi kommt, dann bedeutet, dass das hier wieder etwas unerforscht ist. Wir wissen zwar, wo was ist, aber wenn dieser Nebel kommt, bedeutet das der Respawn, der Gegner Respawn der Materialien. Also wie Bäume wachsen nach etc. Aber auch Kisten, Kisten respawnen auch wieder, das darf man nicht vergessen. Ein wichtiger, grundsätzlicher guter Tipp ist auch, levelt die Gebäude in der Stadt. Ich zeige euch den Weg hier, bei dem Hauptflüstern der Stadt, geht ihr einfach hier die Treppe hoch zum Hauptplatz hier, geradeaus nach hinten zu Danos. Den klickt ihr dann einfach an und ihr habt hier dann eine wunderbare Auswahl. Da könnt ihr dann die Gebäude upgraden. Ihr könnt Gebäude erstmal hinstellen, wenn es noch keine gibt. Und ihr könnt zum Beispiel einen Aufzug bauen, der euch dann direkt ins Grenennest führt. Ihr könnt die Treppe im Grenennest wieder reparieren, damit ihr nicht immer von außen rum ins Grenennest müsst und dort in eurer Gemeinschaftstruhe. Also das ist wunderbar, da müssen wir dann halt natürlich hier die gewissen Rohstoffe sammeln und abgeben. Wenn ihr Bosse besiegt, dann bekommt ihr, dann lassen diese Bosse so verseuchte, pestilenzartige Gebinde fallen. Dann müsst ihr dann ins Grenennest gehen und ich habe leider den Aufzug, wie ihr seht, noch nicht fertig. Dann müsst ihr hinauflaufen zu dem alten Mann im Rollstuhl und dort könnt ihr dann dieses verseuchte Ding, diesen verseuchten Gegenstand einfach abgeben. Und ihr bekommt dann von ihm, freigeschalten, könnt ihr euch auswählen, zum Beispiel einen weiteren Ringplatz, einen dritten Ringplatz. Will ich eine zweite Waffe halt dabei haben, will ich mehr Platz haben für Gerätschaften wie Schaufeln, Angeln und so weiter. Will ich mehr Platz haben, Inventar, da schaltet ihr dann immer so in 5er Schritten die Inventarplätze frei. Ich habe hier zum Beispiel schon die Materialien alle freigeschaltet. Hier fehlen mir noch ein paar und natürlich da vorne auch. Dafür habe ich aber alle Ringe freigeschalten etc. Also hier, das ist ganz wichtig fürs Aufleveln des Charakters an sich, damit er mehr Platz frei hat. Bei dem Hauptflüstern der Stadt geht einmal am Tag, könnt ihr zu Randolph gehen. Ihr könnt öfter zu Randolph gehen, aber einmal am Tag hat Randolph für euch Topfgelder parat, wo ihr dann Geld bekommt und Gegenstände. Das würde ich machen, weil man dann auch immer diese, weil man dann auch den Orten automatisch ja wieder zurückgehen muss, wo man eh schon war. Aber dort lauern neue Gegner, neue Gefahren, neue Gegenstände. Und hier kann man dann halt Kopfgelder annehmen, zum Beispiel immer nur eins aktiv. Oder man kann auch Herausforderungen annehmen, wie baut Eisenerz ab, dann tötet zehn Gegner mit dem Bogen. Ich habe keinen Bogen, werde ihn nicht machen, werde ihn nicht kriegen. Dann sammle die Silberbahnen etc. Das gibt dann Geld und Gegenstände. Das sind so die täglichen Aufgaben. Also es gibt Dailies und es gibt Weeklys. Also einmal pro Woche gibt es bestimmte neue Herausforderungen oder Kopfgelder. Und jeden Tag gibt es halt so die kleinere. Das ist ganz wichtig. Ich würde das machen fürs Leveln. Weil es geht in dem Spiel ja natürlich schon um das Leveln des Charakters, um das Sammeln der Gegenstände, um das Einrichten seines Hauses, um das Upgraden der Hauptstadt. Und natürlich dann, ich würde jetzt mal behaupten, dass das das Endgame ist, zumindestens halt im Moment. Also ich wüsste jetzt im Moment nicht, wie es hier weitergeht, aber das scheint das Endgame für mich zu sein. Es gibt hier die Trials des Serims oder so. Da fahrt ihr dann einen Aufzug hinunter, müsst vorher Blut lassen. Und arbeitet euch so in einer Art Dungeon-Crawling-System halt weiter. Immer so vier, fünf Gegner, dann wird es immer schwerer und es wird schwerer und schwerer. Und schaltet Raum für Raum frei und Herausforderungen für euch. Das ist sozusagen ein bisschen so der Endgame-Dungeon scheinbar im Moment. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich hoffe es hat euch auch geholfen, das eine oder andere. Ich meine, ich weiß, es sind die grundsätzlichsten Grundtipps, die es so gibt. Aber vielleicht hilfst du den einen oder anderen, wenn er neu mit dem Spiel beginnt. Würde mich freuen. Like, Abo. Auf Wiederschau. . Wie ist das? Wie ist das? Vielen Dank.